Ich bin Denise Pfeffer. Meine Aufgaben im Unternehmen sind Kundenberatung, Antragstellung, Vorbereitung, Kündigungen, Nachbearbeitung, Kontrolle und Unterstützung für den Außendienst. Ich arbeite im Unternehmen Wüstenrot Bausparkasse. Wir schließen die verschiedensten Versicherungen auf den Kunden abgestimmt ab, sowie Bausparer und Finanzierungen. Meine Motivation zum Teilnehmen ist, ich habe noch keine Erfahrung damit und mich würde es interessieren, wie das funktioniert, weil schon viele Privatpersonen Apps entwickeln und wo es unseren Unternehmen helfen könnte, hätte jetzt nicht wirklich eine Idee, weil wir eine App haben, die Klickmal-App, wo man eigentlich schon recht viel tun kann und das auch den Kunden weiterhilft, auch uns weiterhilft. und mit meinem Team bin ich besonders zufrieden, weil es sehr familiär ist.